Willkommen wieder zurück, ich hab den Part eben ziemlich nervig beendet, ich weiß, oh verdammt, aber wir kämpfen jetzt auf jeden Fall weiter gegen diesen Ibarock. Ich weiß, Leute, ich muss, ich muss, ich darf die Videos nur 10 Minuten machen. Was? Was ist das denn? Ja, hab ich eigentlich auch. Ja, als ob das geht, ne? Das funktioniert halt echt, ne? Na komm, wo bist du? Funktioniert nicht. Lol, lächerlich. Als ob mit einem Schlag lebt. Das geht doch gar nicht, das ist doch ne Verarsche. Als ob. Das erzähl mir doch nix, der hat mich mit einem Schlag gequillt, mhm. Einfach für Sponge jetzt. Nein. Ach, jetzt werden die X-Messler mal freigeschaltet. Die zum DLC gehören. Ach ja, jetzt werden die X-Messler mal freigeschaltet. Juhu, Leute, Juhu. Und ja, ich mach das einfach nur. Und? Komm, komm. Hey, verdammt. Verdammt, ich bin doch verfälschend. Seitdem sponnt. Und? Darf ich... Was? Ich bin doch weggelaufen. Nee, gegen den käpp' ich nicht, Leute. Gegen den käpp' ich nicht. Das ist dämlich. Nee, Leute. Nee, nee, nee. Dann gehen wir lieber zur Hauptmission, da hab ich nicht keinen Bock mehr drauf. Nee, danke. Nee, 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 danke, Leute. Nee, danke. Und ja, wir werden uns heute in diesem Part ein Pferd holen. Juhu, ne? Äh, äh, ja. Ich hol uns heute ein schönes Pferd. Ich frag mich nur, welches. Es gibt so viele. Äh, ja. Ich suche eins. Und... What? Nein. Kann zerflederbeißer Spang. Juhu. Und ja, ich weiß, dass da unten ein Cube ist. Cube-Rätsel ist. Ich hol mir den. Ich glaub, wir nehmen uns den auch mal mit. Auf dem Weg. Ach... Hey, was macht diese... Nee. Krassscherben... So. Hier sind eigentlich immer One Head. Ich frag mich nur, warum haben die »Entwickler« nämlich einen Programmiert? So, nehmen wir mit. Packen diesen Cube. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Geht doch da rein! Bitte, bitte. Halt's. Nein, dann gehe ich einfach weg und ich lasse euch in Ruhe euer Leben leben. Da sind schon wieder systemische Monster, die freue ich aber gerade nicht. Ja, eigentlich könnte man es mitnehmen. Weil so, so möchte ich es wieder nicht. Also friss meine Zweihänder. Oh, das muss weh tun. So hat er verdammt. Hey, warum habe ich kein Schild? Ach so, ich hätte einfach keine ausgelistet oder was? Oh, war ich einschlackert, ich bin nur an Hit, ne? Das ist zwar schon klar, aber... Oh, wie der sieht, wie der mich anguckt, ne? Stachelboxschild. Ich wollte den so... Nein! Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich wieder ausrechnen, oder? Hips, was der? Hä? Jo, hm, 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 klar, 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 klar. Komm, wieder mit deinem Leben. Mhm. Ciao. Pizza-Opera. Ja. Jetzt hast du wohl kein Schild mehr. Jetzt hast du wohl kein Feuer mehr auf deiner Seite, ne? Oh, mach doch. Ich mach dich aber dafür alle. Bits, Bits ins Face. Gib mir den Stock. Mein Geld weg. Oh, ich wollte dir jetzt eigentlich treffen damit, aber... Und jetzt... Euer Ernst! Euer Scheiße Ernst! Wow! Ihr habt euch ja ganz toll geschlagen. Schleifschnecken. Nehm ich mit. Und? Ein Lopal. Haben wir überhaupt schon... Ja. Äh... Dann zeig ich euch jetzt mal, wie das mit den... Mit den... Äh... Mit der Medizin funktioniert. Einfach Monsterzutaten und Käfer... Oder Insekten... In einen Kopf durchtun... Und dann... Kraftmedizin. Zum Beispiel. Also, man kann aber ziemlich coole Sachen machen. Ja... Mit Kraftmedizin bist du schon mal stärker. Ist nicht schlecht. Ich hoffe, dass dir das Video gefällt und... Ab! Gibt natürlich ganz, 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 ganz viel hier. Ach, und die natürlich wieder... Wie könnte es anders sein? Ein Leben ohne die, ne? Eigentlich so undenkbar. Guck mal. Hey, Bruder! Gibt mir ein Fleisch! Grillwild. Mh... Ja, Spaß. Äh... Gibt es hier noch was? Mich würde ernsthaft mal interessieren, was es hier noch so gibt. Du, 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 du... Du, du, du... Du, 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 du... Du, du, du... Ne, ich weiß nicht. Ach ja, hier gibt es so viele Tiere, ne? Ich glaub, wir wollen nur einen Händler. Ja genau, ich sehe das Lager voll von denen. Bayernkampf können wir jetzt handeln, dann holen wir uns erstmal ein bisschen was. Äh, aufwachen. Nö. Hier, ich hab was für dich. Äh, ja, Rodonite. Gib'n schön Manni. Nö. Nö. Nö, nö. Uuu, ich bin dumm. Hehehe. Ist mir noch ein Rollstellerachs, brauchen wir aber nicht. Aber das war vorne, riecht doch nach Krok. Oder nicht? Meine, eine brüschige Wand. Und? Das ist doch mit Sicherheit ein Krok. Ja. Und Erz. Juhu. Erz. Ich liebe Erz. Und Krok. Obwohl die nicht. Äh, Topaz. Oh, schön. Nimmst mir gar nix. Einen Steinleisten. Nimmst mir auch nix. Lassen Sie sich zwar zu Geld machen. Aber. Eigentlich koppelfühlt. Ich meine, so viel bringen die noch. Ob wir nicht 100 oder so. Das brauche ich nicht. Ähm. Ja, ich weiß echt nicht was wir noch. Schreib mal ein paar Sachen in die Kommentare, was wir noch so bereden könnten. Aber. Ich glaube. Ey. Als ob der mich fast getroffen hat. Ist klar. Ist klar. Ja. Sieht aus wie ein Monsterlade. Ne. Ist gar nix. Einziges. Also. Gehen wir weiter. Ja. Ja Leute. Ich glaube wir schaffen es in diesem Part nicht mehr. Zum. Ein Pferd. Das erzählen wir mal im nächsten Part. Auf jeden Fall. Ich würde sagen dieses Video wird auch kürzer. Link sagt auch Ciao und Tschüss. 2-2-2-4-3-2-4-4-4-4-4-5-4-4-5-4-5-4-5-5-5-5-6-5-5-6-5-6-5-6-5-5-6-6-5-5-5-6-5-6-6-6-5-5-6-6.